Ja, Leute, da ist mir das Spiel wieder abgeschissen, was? Ja, also, wie gesagt, da kann irgendwas nicht stimmen. Das sind, glaube ich, eigentlich die letzten Rennen, aber woher soll ich denn das wissen? Ich bin da einfach ein Rennen gefahren. Voll böse und so. Wer pisst euch? Mache ich sowieso alle platt. Und das ist wenigstens eine Billo-Strecke. Drei Runden. Ist ja machbar. Das kriegen wir schon hin, Leute. Und gleich lasse ich es ja am Stück laufen, mal gucken. Und teile es dann in Parts auf, wenn es mir nicht passt. Wenn man die Spiele nicht als Abschluss. Es hat die ganze Zeit jetzt so schön aufgenommen, ja? In den letzten Parts auch. Nein, jetzt, jetzt, wo es Ende ist, ne? Meint, ich muss noch mal rumheulen. Ich mach euch alle fertig, ihr kleinen Pisser. Alle. Alle. Oh ja. Das glaubt er mir aber. Boah, wenn du da in real life gegen den Mann fährst, ey. Prost mal. Prostchen, ne? Das muss Aua machen. Da spürst du den Schlag, Magna. Vor allem, warum muss das denn immer so, so richtig behindert abgewinkelt sein? So richtig dumme Kurven. Wenn es wenigstens so lange Kurven wären, ne? So. Aber hier so, richtig so. Bläh. Eng und bläh. Wie zum Beispiel jetzt hier. Die Kurve. Guck mal, wie schön lang die ist, ja? Nehmen wir ein bisschen Gas. Und ta schätzt ihn nicht. Boah, das Auto wird dann aber richtig schnell, ne? Richtig schwer zu kontrollieren dann. Na ja, das haben wir ja auch gleich gewonnen hier. Bis jetzt haben wir noch keine neue Ware erhalten. Ah, weißt du was? Dann lasse ich die Kohle euch einfach da. Wie gesagt, ich lade den Savegame ja hoch. Und, ähm... Da könnt ihr dann einfach euch ein Auto holen und dann tunen, wie ihr wollt. Ist nicht viel. Aber vielleicht sollte es ein bisschen lang fürs Tunen. Den Mazda lasse ich euch ja. Und daher. Ja. Ist da Bescheid. So, es darf jetzt während dem Turnier am besten nicht abscheißen. Ja, weil sonst, äh... Wäre schlecht. Ich würde mal gern wissen, was Niki denn ihr Auto jetzt war. Mensch, ehrlich, warum? Oder was ihr Auto ist. Wetten, dann kommt die Zwischenzieglinie. Ja, du hast es geschafft. Yeah, du hast es geschafft. Obwohl ich das Rennen fahren muss. Ja. Da wird irgendwas vertauscht sein. Wette ich mit euch. So, wieder drei Runden. Ja. Bis jetzt ist ja okay. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es vier waren. Aber umso besser, ne? Besser für euch eigentlich. Die Strecke ist wenigstens awesome. Ist nicht so groß. Ich bin jetzt ein kleiner Ringer. So. Easy peasy um die Kurven. Himmeln. Unterschätze mich nicht. Nicht eh. Ein bisschen Gummi geben. So, und schon haben wir gewonnen, ne? Ah, einfach. 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 So. Volles Nitro wieder, sozusagen. Ist awesome. Super um die Kurven kommen wir hier. Auf. Auf. So. Ich höre dir die Strecke. Aber nicht ganz. Noch mal ein bisschen links, noch mal ein bisschen rechts, bevor wir das Ziel erreichen. Wie gesagt, das dauert halt, weil es sind ja drei verschiedene Rennen und das bezieht sich auf ein Rennen und das zieht sich halt, aber wenn ihr das so wollt, dann nehme ich das halt ganz auf. Das increased. Wow. Oh yeah. Das war ein bisschen links, noch mal ein bisschen rechts. Wie gesagt, bevor wir das Ziel erreichen sollen. Afternoons! Was ist das? Blitzt es da? Oder ist es das Bild? Irgendwie... Das war jetzt zu eng. Das ist besser... Ah, Nigi, guck mal, die ist hinter uns. Das ist ja immer interessant. Aber, Nigi, tut mir leid. Ja, dann mach ich Gewinning. Ja, nochmal 7.000 Tacken. Was denn jetzt? Was hab ich gesagt? Gib alles! Welchen Teil davon kapierst du nicht? Lass mich in Ruhe. Ich fahr saubere Rennen. Vergiss lieber nicht, mit wem du hier sprichst. Ach, ich brauch dich nicht. Ach, wirklich? Was bist du denn ohne mich? Nichts! Es ist nur noch ne Frage der Zeit, bis ich hier das Sagen habe. Wollen wir sehen, was ich dagegen tun kann? Ja, und jetzt kommt eigentlich der letzte Teil. Ja, und jetzt kommt eigentlich der letzte Teil. Das darf ich meinen. Was jetzt? Deshalb? Ein Rennen starten? Ja, auf jeden Fall habt ihr dann jetzt fast 100.000 Leute. Damit könnt ihr ja fast was anfangen, ne? Ah, machen wir das Rennen mal. Ja, kommt nix, okay. Dann wird das wahrscheinlich ein Easy-Rennen sein. Oh, shit! Habe ich immer voll den Start verpasst. Was wird das denn? Also das sehen aus wie normale Deppen. Ja, fahren auch wie normale Deppen. Fahren können sie anscheinend schon mal nicht. Tuning, Leute. Tuning sieht ein bisschen anders aus. Fällig, nach meiner Meinung. So, wir haben wieder ne schöne gerade Strecke. Können wir da ein bisschen Gas geben. Schön große Kurven diesmal. Herrlich. Hier gibt es wieder eine Enge. So, so. Schlingel, Schlingel. Also wenn Niggi das gelbe der Auto da hatte, dann, naja. Ist ja nicht wirklich das geilste vom geilsten, ne? Der X7 hier, der räumt schon ab. Na, vielleicht bekommen wir jetzt ja neue Ware. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, mehr in den Mazda geht nicht. Der ist voll. Mehr ist mehr. So. Was ist denn das schon wieder von Scheiß, Junge? Voll behindert, Junge. Das habe ich schon geflogen. Mh. 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 Ihr hört den Turboschrein, Junge. Ihr hört den Turboschrein. Lol, Anhänger ist der Luft. So. Wieso hängen die da so in der Luft? Habt ihr das gesehen rechts? Hängt der voll bescheu in der Luft? Das war immer... Ich denke mal, dass die eigentlich geplant sind auf dem Boden. Aber... Und ich zeig's euch gleich noch. Wollen wir nochmal vorbeifahren. So. Jetzt Gas, Gas, Gas. Und falls ihr Interesse habt, dann könnt ihr ja das Auto hier umtunen. Wie auch immer. Das ist dann euch überlassen. Ich übergebe euch die heiligen Schnüssel. Aber dieses links-rechts-Gekurve da... Schrecklich. Das ist schon wieder so eine lange Strecke auch. Aber schön fahren. Das Flugzeug würde doch eigentlich nie die Landebahn wirklich richtig fahren, treffen. Wie auch immer. Weil das doch schon einfach viel zu spät ist, oder nicht? So, da rechts seht ihr das? Hebt in der Luft. Haben sie entweder zu kurz gemacht, oder warum, warum? Ein Bug-Fehler. Von den lieben Entwicklern. So, schön. Und die Küffchen fahren. Nochmal Tempo. Ich hoffe mal, dass das jetzt nur 16 Punkte sein müssen. Das wäre schön. Und die Küffchen. Hoffentlich. Weil wir nehmen jetzt allein schon 13 Minuten auf für den Scheiß. Kack da. Auf jeden Fall nice die Mucke. Leute. Langweilig. Langweilig. Komm. Packen wir jetzt noch. Das war ja auch mal ein besserer Start. Burnout sogar bekommen. Oh, holla. Ich habe jetzt auf den Namen geguckt, ob das der Nigi war. Nick. Irgendwie freue ich mich aber mehr auf Carbon Let's Play als auf Most Wanted jetzt. Nein, ich ehrlich bin. Am liebsten würde ich Most Wanted schon direkt überspringen. Und sofort mit Carbon weitermachen. Aber da müssen wir uns erst mal gedulden. Wir müssen auch erst mal Most Wanted machen. Hoffentlich geht das auch schnell. Eigentlich schon. Da muss ja nicht wie hier alle Rennen gefahren werden. Und also... Da muss einfach nur der Spaß die... Dass er zufrieden ist. Und dann... Treten wir gegen den... Den Blacklist-Fahrer. Gegen den Razzor. Der ist ganz schlimm. Der ist ganz böse. Der Razzor. Den mache ich auch noch kalt. Ich bin echt mal gespannt, ob in Need for Speed Underground, in Klammern, 3, Cross wiederkommt. Bin ich mal gespannt. Oder ein Miggy. Neville war auch geil. Mal gucken. Vielleicht sehen wir ja da spannende Gesichter. Ja. Stopp, 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 stopp. Das war noch top. Top, top. Sauber. Volles Nitro. Kein bisschen mehr, kein bisschen weniger. Gern. So. Warum muss es denn jedes Mal regnen jetzt? Das nervt mich, Gott. Jedes Mal, wenn ich das Spiel, regnet es hier. Jedes Mal. Am Ende. Immer. 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 Mal ein bisschen Tempo geben. Ah, das dritte Nitro war ja so awesome. Ja, 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 Wecker. Ja, 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 ja. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, gut. Das war mein Wecker, Leute. Sorry. So. Komm, das war's jetzt. Von mir aus, dann fahren wir halt noch eins. So, wir haben sogar ein bisschen mehr in die Truppe kommen. Hammergeil. Let's go. Bist du mal ausgeholt? Da sind wir aber ganz schön langsam rumgefangen. Ja, kriegst mir mal die Arsch. Guck mal, ein bisschen Gas. Jetzt so langsam hier. Was sind wir denn hier? Im zweiten Gang, oder? Was? So was Hassisch. Wenn du da voll rauskommst. Nobody, nobody does sound to lie. Ein bisschen Gas geben. Die tun das Ziel auch irgendwie immer ein bisschen weiter nach hinten versetzen, hab ich das Gefühl, oder? Gott. So, nochmal ein bisschen Netron. Netron. Ah, na, 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 na. Nobody. Nobody does sound to lie. So, ich gönne mir mal ein Schlückchen Lemonade, ja. Und das mit links, obwohl ich kein Linkshinder bin. Ist das nicht awesome, Leute? Das ist awesome, gell? So, somit haben wir dieses Rennen auch gewonnen. Sehr schön. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Alter, was ein Geflimmer. So, zwei Rennen noch. Dann haben wir's, meine Leute. Meine Leute. Für euch geht der andere Part jetzt sofort weiter und dann sehen wir uns. Haut rein.